Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen, ungeplanten Video. Ein ungeplantes Video. Warum ein ungeplantes Video? Auf Instagram wurde mir ein Kommentar hintergelassen. Kommentar gelassen, dass die Tiere zu wenig Gülle und Bist produzieren. Daraus ist dann halt entstanden, ja, mach ein Video. Also, dann machen wir doch jetzt das Video dazu. Wie ändere ich und wo ändere ich die Werte, damit die Tiere mehr Gülle und mehr Mist produzieren oder auch mehr Milch, was auch immer. Wo sind diese Einträge in der Map? Was muss ich dazu tun? Noch einmal vorzuwecken. Ihr braucht am besten, um die Sachen zu bearbeiten, ein Notepad Plus Plus. Ich habe gleichzeitig Sachen geändert und habe dann quasi alles bei den Tieren gelernt soweit und nachher vorgespult, 24 Stunden zu sehen, wie sich die Werte verhalten. Das werde ich euch auch zeigen, damit ihr ein bisschen das Richtwert haben könnt und dann für euch selber dementsprechend die Werte ändert bzw. probiert anzupassen, was denn wirklich für euch stimmt. Bedenkt einfach Folgendes, dass zum Beispiel bei den Schweinen ihr manuell ausmisten sollt, müsst, was auch immer und dass dann unter Umständen nicht ganz einfach ist mit dem Schubkarren, wenn man 5000 Liter Mist in einem Tag raus transportieren muss. Also, wo finde ich überhaupt die Datei? Was ich ändere? Das ist jetzt das, die Werte, wo eingetragen ist. Wo ist das überhaupt zu finden? Ganz einfach. Ihr macht euren Programm auf. Das heisst, ich habe das mit WinRAR aufgemacht. Nehmen wir auch der Teil. Kein Problem. Das heisst, ihr macht eure Map und packt einfach das Ganze. Das heisst, ihr macht hier auf. Dann geht ihr unter Charakter und Huspendry Animals XML. Die müsst ihr aufmachen, denn sieht das Ganze eigentlich so aus, wie jetzt bei mir da. Das heisst, ihr kommt auf die Seite hier. Dann fängt ihr oben zuerst mit dem Orses, das heisst mit den Pferden. Da weiter geht es mit den Kühen. Vanillekühe-Typen. Das heisst, das ist ja die kalbende Kuh da oben. Da sind die ganz normalen Standard-Kühe aus dem LS raus. Dann habt ihr hier euren Bullen, Ziegen und Schafe. Und Pigs sind ja Schweine. Und nachher habt ihr ja die Schweinezucht da unten. Und dann kommen ja noch die Hühner dazu. Und den Hund, das sind die Tiere. Ich würde jetzt unbedingt schon mal vorzuweg sagen, ihr müsst nicht gucken, dass der Hund noch Gülle produziert oder Milch und so. Der Hund kann nicht gemelkert werden. Auch nicht mit Milchautomat. Also, gehen wir zurück. Da sind jetzt die Werte, wo Standard drinnen sind. Das heisst, so ist eigentlich in der Map das Ganze die Werte eingetragen. Da drinnen habt ihr, zum Beispiel, wie viel Stroh das verbraucht wird. Dieser Stroh per Day ist ja, wie viel pro Tag Stroh verbraucht wird. Wie viel Wasser das verbraucht wird. Wie viel Futter das pro Tag verbraucht wird. Dann habt ihr, wie viel Milch das pro Tag produziert wird. Das ist immer nur Rede von einer Kuh. Wie viel Mist das pro Tag produziert wird. Wie viel Gülle das pro Tag produziert wird. Und so weiter und so fort. Das heisst, Palettes, das sind ja die Kälber. Wie viele Kälber wären Palettes per Day, oder? Weil da habt ihr ja, bei den anderen habt ihr nichts, weil die produzieren keine Kälber, die anderen Kühe. Also, das heisst, Palettes per Day habt ihr hier so viel Kälber pro Tag. Gut, also, dann habt ihr hier die Geburtenrate. Das heisst, die Birth Rate per Day, das ist ja eine Geburtenrate bei den Standardtieren. Oder die Geburtenrate erhöhen oder herabsetzen. Ich bin sogar am überlegen, dass ich zum Beispiel bei den Schweinen die Geburtenrate ein bisschen runter setze. Da sie sich nicht so schnell vermehren, wie das eigentlich Standard ist. Weil da ist 0,166 der Wert drin. Und man weiss ja, Schweine, die vermehren sich wirklich relativ ganz, ganz schnell. So, und bei den Kühen haben wir den Wert aktuell bei 0,02. Das heisst, das ist ja, so gesehen, 1,66 ist bei den Schweinen schon einiges höher. Gut, also, was hat jetzt Prodig geändert? Der Prodig hat jetzt die Werte geändert bei allen Tieren. Ich habe draus gemacht von Milch per Tag von 100 auf 200. Manure bei den Kühen habe ich gemacht von 125 auf 250. Und genau das gleiche habe ich bei den Dings gemacht, der 250er Wert bei Gülle. Das habe ich eigentlich bei allen Tieren so gemacht. Ausser, da sieht man jetzt da, 250, 250. Ausser bei den Schweinen habe ich gelassen. Manure per Day, das ist das, was es war, 50 drinnen. Aber nachher Liquid Manure habe ich geändert auf 250. Und wie hat sich das jetzt eigentlich im Spiel innerhalb von 24 Stunden ausgewirkt? Da ist Screenshot, Moment, schnell, mache ich aber eins. Also bei den Schweinen innerhalb von einem Tag. Bei 18 Schweinen hatte ich 3.298 Liter Milch, Mist, nicht Milch, Mist. Und 4.220 Liter Gülle. Bei den Kühen innerhalb von einem Tag habe ich 2.398 Liter Mist und 2.000 Liter Gülle und 1.620 Liter Milch. Ich habe aber nur 8 Kühe. Das heisst, diese 8 Kühe bzw. diese 9 Kühe zählen. Also, jetzt seht ihr, wie die Sache hier eigentlich ist. Jetzt könnt ihr selber entscheiden, reicht mir das? Ist mir das zu wenig? Ist mir das zu viel? Das heisst, das heisst, ihr könnt ja eigentlich zwischen denen Werten, wo Standard sind. Das heisst, bei den Kühen zum Beispiel zwischen 100, 125 und A85. Und ich habe das Doppelte gemacht, 200, 250 und 250. Halt euch probieren, irgendwo einpendeln. Dann müsst ihr den für euch selber rauskriegen, was euer Wert ist. Klar, wenn euch das immer noch zu wenig ist, dann geht ihr halt auf das Dreifache hoch. Ihr müsst ja ausmisten, nicht ich. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch dieses Video auch weiterhelfen wird. Dass die Erklärung euch weiterhelfen wird. Auch Futter könnt ihr ja verändern, dass es ein bisschen mehr verbraucht und so weiter und so fort. Auch zum Beispiel Milch bei den Ziegen könnt ihr verändern. Das habe ich gar nicht angeguckt. Das ist das, was ich überlegt habe, das ich machen würde. Nicht Hund, nicht Chicken, nicht da, nicht da. Ziegen waren irgendwo die. Also, Schafe. Da sind Schafe, Schafe, Schrambok. Der hat keine Milch. Der wird auch nicht geholfen. So, und da sind die Ziegen. Also, die Ziegen produzieren eigentlich, wo haben wir Milch, 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 Milch. Wieso ist das Null? Liquidmanure. Ah, das heißt, da ist ja so eingetragen, dass die Liquidmanure eigentlich Milch ist. Müsst ihr jetzt aufpassen. Das heißt, bei den Ziegen müsst ihr nicht Milchwert ändern. Weil es ist nicht Milch, weil sonst würde der die Kuh Milch bekommen. Sondern, das ist eigentlich, auf Deutsch gesagt, die Gülle, wo die Ziegen produzieren, wo denn eigentlich als Ziegenmilch eingetragen ist. Das heißt, diese Ziegenmilch habt ihr hier Wert 10. Ist das zu wenig, könnte der Wert der Höhen auf 50 von mir raus oder was. Also, dann bekommt der Firmen Ziegenmilch. Ihr müsst aber aufpassen, eben, bei den Ziegen da hinten ändern, weil das ist ein komplett anderes Field-Type. Aus dem Grund, nicht da vorne, sonst produzieren sie euch, wenn ihr da ändert, die Ziegen ganz normale Standard-Kuhmilch. In diesem Sinne, viel Spass und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss und bye-bye. Tschüss und bis zum nächsten Mal wieder.